Deutsch lernen mit Bildern und ganzen Sätzen Nummer 76 Heute geht es unter anderem um die Windräder, die Würfel und die Ananas. Die Windräder Um bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen, brauchen wir zusätzlich 1500 Windräder pro Jahr bis 2030. Bundesweit wurden 2020 rund 770 Windräder genehmigt. Das größte Windrad der Welt steht in Bremerhaven. Es ist 200 Meter hoch. Damit ist es 50 Meter höher als der Kölner Dom. Die Handschellen Zur Fesselung von Personen dienen Handschellen. Jeder, der im Sicherheitsgewerbe Handschellen mit sich führt, muss eine entsprechende Ausbildung haben. Für die Polizei ist das Fesseln im jeweiligen Landesgesetz geregelt. Die Schneiderkreide Die Positionen von Taschen oder Abnähern werden vor dem Zuschneiden immer auf dem Stoff markiert. Mit Markierwerkzeugen wie Schneiderkreide und Markierstiften werden die Zuschnitte auf den Stoff übertragen. Der Schnee Es ist 30 Zentimeter Schnee gefallen. Die Bürgersteige sind zugeschneit. Die Straßen können nicht gefahrlos befahren werden. Tom versucht, den Schnee mit einem Schneeschieber zu räumen. Die Wasserwaage Friedrich bringt mit einer Kelle Putz auf die Wand auf. Eine lange gelbe Wasserwaage lehnt an der Wand. Damit kann er feststellen, ob Unebenheiten im Putz sind. Die Luftblase in der Wasserwaage zeigt ihm, ob die Wand gerade ist. Die Zahnverblendung Für ein gutes Aussehen werden Zahnverblendungen auf die Zähne aufgebracht. Von echten Zähnen sind Verblendungen optisch nicht zu unterscheiden. Die Kanten der Schalen sind hauchdünn. Sie sind mit der Zunge nicht fühlbar. Die Würfel Heute sind Würfel meist aus Kunststoff. Es werden aber auch Materialien wie Holz, Metall oder Stein verwendet. Plastikwürfel werden gegossen. Die Unebenheiten werden anschließend maschinell beseitigt. Würfel werden schon seit 5000 Jahren verwendet. Der Rohbau Der Rohbau ist ein Gebäude mit Fundament, Mauern und Dachkonstruktion. An diesem Haus fehlt noch das Dach. Erst dann ist der Rohbau fertig. Nach dem Dach kommen die Fenster und die Fassadenverkleidung. Das Gemüse Das Gemüse Gestern haben wir im Bioladen Obst, Zitrusfrüchte und grünes Gemüse eingekauft. Grünes Gemüse enthält eine große Menge an Ballaststoffen. Sie sind unter anderem für eine gut funktionierende Verdauung und eine gesunde Darmflora wichtig. Grünes Gemüse ist deshalb grün, weil es viel Chlorophyll enthält. Es wird auch Blattgrün genannt. Die Spuren Maria geht barfuß durch den feuchten Sand. Sie hinterlässt Spuren im Sand durch ihre Fußabdrücke. Sobald die Flut kommt, sind die Spuren wieder verschwunden. Das Wasser überspült den Sand. Die Ananas Kolumbus importierte die Ananas als erster nach Europa. Amerika ist einer der wichtigsten Lieferanten. Die Ananas wächst jedoch in allen Ländern, die ein ausreichend warmes Klima haben. Die Ananasscheiben Es gibt viele leckere Rezepte mit Ananasscheiben. Man kann sie mit gebackenen Bananen servieren. Sie können auch im Kuchen verwendet werden. Neulich habe ich einen Grießauflauf mit den Scheiben gemacht. Das Meer Ich habe mir gerade in der Strandbar ein Getränk geholt. Jetzt kommt mein Mann und zieht mich ins Meer. Es ist wirklich angenehm warm. Wir schwimmen einige Minuten. Dann kehren wir an den Strand zurück. Das Feuer Unsere Eltern haben uns ermahnt, auf keinen Fall Feuer zu machen. Bei uns sind Feuer im Freien grundsätzlich verboten. Das Feuer kann sich ausbreiten und auf Büsche und Bäume übergreifen. Der Ingenieur Die beiden Ingenieure gehen durch die Fabrik. Sie wollen eine neue Maschine kaufen. Sie diskutieren darüber, ob sie wohl in diese Lücke eingebaut werden kann. Es müssen noch die passenden Anschlüsse gelegt werden. Die Sekunde Elfie wird von ihrer Schwester trainiert. Sie soll 120 Sekunden in dieser Position verharren. Elfie geht kurz vor dem Ende der Zeit die Kraft aus. Ihre Schwester schaut auf die Uhr. Elfie soll noch wenige Sekunden durchhalten. Der Felsen Die Brüder sind in den Bergen unterwegs. Sie machen vieles gemeinsam. Egon steht schon oben auf einem Felsen. Franz braucht noch einen Meter, bis er auch die Spitze erreicht hat. Die Dachsparren Gestern wurde das erste Holz geliefert. Die Zimmerleute haben die Dachsparren schon zusammengenagelt. Morgen werden die Querlatten geliefert. Danach kann das Dach gedeckt werden. Der Streit Die Eheleute haben einen Streit. Keiner von beiden will nachgeben. Sie setzen sich auseinander und schauen sich nicht mehr an. Beide wollen nicht mehr miteinander reden. Die Kopfschmerztablette Emilia hat den ganzen Tag getippt und telefoniert. Sie ist völlig fertig. Emilia hat Kopfschmerzen. Sie geht in die Küche und holt ein Glas Wasser. Dann löst sie eine Kopfschmerztablette im Wasser auf. Die Hausaufgaben Elsa hat keine Lust, die Hausaufgaben zu machen. Ihre kleineren Geschwister toben durch die Wohnung. Sie kann sich nicht konzentrieren. Sie wird immer wieder abgelenkt. Das Bügeleisen Esther hat auf dem Speicher ihrer Eltern ein altes Bügeleisen gefunden. Es wird mit Strom beheizt. Sie hat nach dem passenden Kabel gesucht. Sie findet kein Kabel, mit dem dieses Bügeleisen angeschlossen werden kann. Der Spaziergang Wir machen täglich mehrere Spaziergänge mit unseren Hunden. Die Wege sind asphaltiert. Hier können wir auch bei schlechtem Wetter gut laufen. Es kommt nur ganz selten ein Auto. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Das Pferd Das Pferd In der Ferne kann man ein Gewitter hören. Elenas Pferd hat sich erschreckt. Sie redet ganz ruhig mit ihrem Pferd. Elena und ihr Pferd verstehen sich. Sie sind sehr vertraut miteinander. Die Schuhe Nicola ist durch die Stadt gelaufen. Sie war in drei Schuhgeschäften. Kein Geschäft hatte die richtigen Schuhe für sie. Auf dem Rückweg kam sie an einem Schaufenster vorbei. Dort standen diese roten Schuhe. Nikola hat sie sofort gekauft. Die Ankleidekabine Ulrike ist in einem Bekleidungsgeschäft. Sie sucht verschiedene Teile aus. Sie möchte diese Teile anprobieren. Dazu geht sie in die Ankleidekabine. In der Kabine ist ein Spiegel. Sie zieht die Teile an und betrachtet sich im Spiegel. Die Schutzmaske Schutzmasken sind auf der ganzen Welt bekannt. Wir tragen sie als Mund-Nasen-Schutz, um uns vor Viren und Bakterien zu schützen. In Asien trägt man Schutzmasken schon länger als in Europa. Dort ist die Luft teilweise mit Staubpartikeln belastet. Lydia hat ihrem roten Pferd vorsichtshalber eine Schutzmaske umgehängt. Das Nagelstudio Svenja geht heute Abend aus. Sie möchte schöne Fingernägel haben. Dazu geht sie in ein Nagelstudio. Dort werden die Fingernägel gepflegt. Sie wählt ihre bevorzugte Nagelfarbe. Die Sanduhr Christian misst die Zeit mit einer Sanduhr. Eine Sanduhr ist ein einfaches, seit etwa 600 Jahren bekanntes Zeitmessgerät. Der Glaskörper der Sanduhr ist sehr empfindlich gegenüber Stößen. Für Kinder gibt es spezielle Sanduhren, die die Zeit zum Zähneputzen vorgeben. Der Fotoapparat Silke und ihre Mutter Silvia räumen den Dachboden auf. Sie finden viele Dinge, die man heute nicht mehr gebrauchen kann. Silvia zeigt Silke einen alten Fotoapparat. Früher hatte fast jeder einen Fotoapparat wie diesen. Silke schaut intensiv auf die vielen Bedienelemente. Die Gesichtsreinigung Carola legt viel Wert auf ihre äußere Erscheinung. Sie geht regelmäßig zur Gesichtsreinigung. Im Gesicht ist die Haut wesentlich dünner als am restlichen Körper. Daher ist sie auch anfälliger für Schäden. Mit der Gesichtsreinigung schafft man die Grundvoraussetzung für eine richtige Gesichtspflege. Die Währungen Ralf hat immer zwei Währungen in seiner Geldbörse. Beruflich hat er viel in Amerika und Europa zu tun. Deshalb trägt er immer Dollar und Euro bei sich. Meistens zahlt er aber mit seiner Kreditkarte. Die Geburtstagstorte Isar wünscht sich zu ihrem neunten Geburtstag einen Kuchen mit dunkler Schokolade. Ihre Mutter hat die passende Torte gebacken. Neun goldene Kerzen stehen auf Isars Geburtstagstorte. Der Hafen Am Morgen ist es im Hafen noch ruhig. Die Boote liegen am Pier. Gegen elf Uhr kommen die Touristen. Dann gibt es Hafenrundfahrten und Fahrten hinaus auf das Meer. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Dann Vielen Dank.